Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Plays, äh nicht Starcraft 2, warum will ich Starcraft 2 die ganze Zeit sagen? Assassin's Creed 2, mit Starcraft 2 haben wir mittlerweile nix mit am Hut, weil wir Rings of Liberty, doch doch die Multi-Mutterspiele, die Multiplayer-Partien haben wir noch. Ach man, ich wollte jetzt so hoch, aber wenn es uns nicht hoch lässt, können wir jetzt hier so? Ich will es nicht riskieren, ganz ehrlich. Hä? Ist mir irgendwie eins runter? Hä? Scheiße, Mann. Äh, glättern wir mal hier hoch. Und dann, warum ich hier überhaupt hoch will? Keine Ahnung. Just for fun. Because of skill. Scheiße, jetzt kommen selbst wir nicht ran. Verdammt. Ist das überhaupt ein Aussichtspunkt? Ich hab keine Ahnung. Das werden wir... Dich töten. Das tute ich hier oben. Ich tute töten. Lässt sie noch nicht nach uns schreien. Lustig, lustig. Lala. Lala. Hier will ich nicht runterfallen. Vor allem wenn wir hier so... Nicht runter. Weiter. Wir springen über Dächer, like a assassin. Ich zeig dir, was wir dürfen und was nicht. Oh, geil. Synchronisieren wir direkt mal. Oh, und schon vergessen, die Zeit laufen zu lassen. Verdammt. Ich schätze mal, dann so 19, 18 Minuten von mir aus gesehen. Aber hier müssen wir sowieso runter. Wie das alles im Zusammenhang steht, keine Ahnung. Da. Können wir abreißen. Ach, Ausländer. Wir als Deutscher spielen einen Amerikaner, der einen Italiener spielt. Aber auch nur ein Stück. Wir könnten ja ein Stück mitgeben, ne? Gleich schon gleich gesetzlich gehen. Geht's im Palast voran. Offen gesagt schwer. Roschenico hält seinen Kreis verschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen. Machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... Der Dusche mag mich nicht. Warum das wohl? Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche, ihn zu gefordern. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neuste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimmann. Schmeichelmann. Speichellecker. Muss ich fortfahren? Fünfmal runter. Ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist? Na fein. Noch ein Irrer. Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur zwei Schritte vom Duschen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr werdet dort, wo ich bin. Seid ihr fertig? Nein, und lasst mich ausreden. Ich schaff's. Wir können den Dusche für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche... Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. So, äh... Sie reden nicht mehr weiter. Warum? Redet doch, da muss ich nicht reden. Aber die wissen, dass der Assassine direkt zu einem Meter hinter ihnen steht, mit zwei Huren? Geht weiter. Ist es noch weit? Seid doch nicht so weibisch. Das Vibe. Gesellen wir uns mal mit denen. Oh, kebelisschen. Schau, schönes Frau. Schau doch mal zu mir, wie bei dir. Wir achten mit uns beiden. So viel zu. Tarnen wir uns mit denen. Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird aus dem Plan? Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein. Es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Irgendwie die Diebe mit. Er ist hier? Aus Rom? So sagt man. La la la. Pardon, ich wollte nicht respektvoll sein. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? Wer von uns die Hube des Dogen überstreift? Vetter. Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich? Es sollte der sein, der die ganze Operation organisierte. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Kalmer, kalmer, Michi. Bitte. Das ist doch nicht nötig. Es ist doch nicht eure Entscheidung. Soweit wir wissen, wählt ihr womöglich gar keinen Barbarico. Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Basta, wir warten seine Ankunft ab. Seid ihr sicher, dass er kommt? Ja. Signori, wir sollten schneller gehen. Ich fühle mich beobachtet. Grazie, Dante. Wir folgen in deinem Tempo. Diese Wache war eine gute Wahl, Vetter. Wie viel habt ihr bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Das ist doch unfair. Schluss mit dem läppischen Geschwätz. Die Wahl des Dogen obliegt keinem von euch. Und ihr seid nicht befugt, Pläne zu schmieden. Vergebt uns meist. Wir dienen wirklich nur euch. So ist der Plan. Doge Mocenico stirbt heute Nacht. Und wenn die Tat vollbracht ist, nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank, Maestro. Gut. Was war das? Messer Grimaldi. Hier steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen. Kommt mit mir. Ich will kein Blut vergessen, versteht ihr? Es muss aussehen, als wäre es seelisch im Schlaf. Du bist auf einer sechthin-jährigen Zeit. Natürlich meinst du nicht. So viel Glück können nur wir haben. Ich habe freien Zugang zu Angst. Ihm wird nicht interessieren, was ich sage. Aber er vertraut mir mittlerweile. Einen der Freien. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco, könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr eher sein.